hallo und herzlich willkommen heute geht es in unserem review um welcome to the show von insanity das wird am 18.10 veröffentlicht wird über black sunset mdd veröffentlicht und wir reden über extreme melodic metal was wir dazu zu sagen haben das erfahrt ihr jetzt welcome to the show ist ein kohärentes werk wie aus einem guss mit wiederkehrenden melodischen motiven und rhythmischen strukturen der opener so stenthal syndrome zeigt sofort wo es lang geht insanity präsentieren in diesem album eine sehr interessante komposition die qualität von welcome to the show überzeugt uns mit sowohl komplexen äußerst vielschichtiger musik die praktisch niemals langweilig wird und immer wieder neues offenbart als auch seine vielzeitigkeit heftig soft aggressiv romantisch atmosphärisch kraftvoll melodiös schräg intensiv diese elemente werden zu einem größeren vollständigen ganzen das wunderbar komplex in seiner präzision ist eine gut überlegte kreative und vor allem gut zum ausdruck gebrachte komposition die wirklich mit jedem lied für eine positive abwechslung sorgt zu wirken alle songs sehr flüssig griffig und geschlossen einen großen anteil darin haben die überschwelgenden melodie bögen sind natürlich wissen und mit genügend ideen zu begeistern es ist kaum möglich einzelne titel als anspiel tipp hervorzuheben da welcome to the show seine wirkung am besten entfaltet wenn man es an einem stück hört trotzdem meine favoriten sind damage goods und blood and clay wer auf der suche nach etwas anderem anspruchsvollen album ist der darf hier nicht zögern das war es auch schon wieder wenn es euch gefallen hat dann lasst ein abo da aktiviert die glocke liked oder kommentiert dieses video und ich würde sagen bis zum nächsten mal macht's gut